Wir konzentrieren uns immer, wir sind immer fokussiert auf unseren Job und natürlich würden wir uns alle freuen, wenn das klappt und werden natürlich enttäuscht, wenn wir nicht ins Halbfinale kommen würden. Wir wissen, dass es keine einfache Aufgabe ist, aber wir wissen natürlich auch, dass wir alles reinhauen, um hier das Halbfinale noch zu erreichen und wir sind guter Dinge, wir gehen es hier positiv an. Wenn wir uns wünschen könnten, dass das Spiel genauso abläuft, ich glaube bei 31 Torschüssen, wenn man da die Kaltschneuzigkeit nur um etwas erhöht, dann sollte das durchaus tatsächlich das Rezept sein, aber gut, wir sind ja alle in der Realität. Wenn wir ein Tor in Führung sein sollten, egal ob 1-0, 2-1 oder dann auch 3-2 oder wir wissen ja alle nicht, wie das Spiel verläuft, dann ist es natürlich ganz menschlich, dass beim Gegner dann auf einmal die Alarmglocken losgehen. Etwas zu verlieren ist für den Menschen immer ganz schlimm, etwas, was man meint, schon sicher zu haben und deswegen wollen wir diesen Moment erzwingen, in dem Paris, die Pariser Spieler in diese Situation kommen. Du wirst Mape, Neymar oder Di Maria nie über das ganze Spiel komplett abmelden können, genauso wie unsere Offensive immer Akzente setzen wird. Für uns wäre das natürlich enorm wichtig. Wir arbeiten auf dieses Ziel der Titelverteidigung schon seit September hin.